Einen ganz wundervollen guten Tag und herzlich willkommen zu einem ganz besonderen Video und zwar wollen wir in diesem Video WannaCry Reverse Ingenieren. Ihr kennt vielleicht die Malware WannaCry, das war eine Ransomware, das heißt die hat natürlich erstmal das ganze System quasi alles verschlüsselt, was man so verschlüsseln konnte, ja. Und dann hat sie Lösegeld verlangt in Form von Bitcoin, hat eine Anleitung angezeigt, wie man sich Bitcoin kaufen kann und auf welche Adressen man das Lösegeld schicken soll und anschließend hat sie einen Schlüssel bereitgestellt, damit man das Ganze wieder entschlüsseln konnte. Das ist so das, was WannaCry gemacht hat. Und ja, man kann tatsächlich WannaCry Reverse Ingenieren und man findet auch die komplette Binary in einem GitHub Repository, das nennt sich TheZoo. TheZoo enthält einfach einen Haufen, Haufen Schadsoftware, die natürlich zu Analysezwecken gedacht ist, okay, nicht zum Verbreiten, also seid da bitte vorsichtig, die Dinger sind hart gefährlich, ja. Wenn ihr eine davon ausführt, dann ist euer System danach Schrott, zumindest potenziell Schrott und vielleicht alle Systeme, die noch in eurem Netzwerk drin hängen oder vielleicht sogar noch mehr. Das heißt, auf gar keinen Fall ausführen, außer in einer VM, die ihr wirklich abgekoppelt habt von allem. Und ja, ihr findet hier drin eben solche Dinge wie AndroRed, Pegasus B, bla bla bla. Hier haben wir noch einige vielleicht bekanntere Sachen. Crypto Locker ging auch mal eine Weile rum. Das sind wie echte Viren, die gehen einfach eine Weile rum und dann hat sich das auch wieder, weil danach eben die Anti-Viren-Programme, die alle entdecken. Aber nichtsdestotrotz, wir wollen uns mal eine echte Mallowbear heute angucken. Hier haben wir übrigens eine Collection aus verschiedenen Ransomwares. Zerba, Crypto Wall, Jigsaw, Locky, habe ich sogar mal ein Video drüber gemacht, Mamba. Petya ist sehr berühmt gewesen. Petya ist super komplex übrigens, deswegen machen wir das jetzt hier nicht. Hier haben wir WannaCry und noch die Variante WannaCry Plus. Und ja, hier gibt es wirklich sehr, sehr viel. Emoted ist auch dabei, falls ihr das mal untersuchen wolltet. Wie gesagt, Achtung, dass ihr das nicht ausführt. Also es ist wirklich eine sehr, sehr lange Liste, okay? Und die sind natürlich alle auch immer als ZIP-Archiv und dann mit einem Passwort versehen, inklusive natürlich den beiden Checksummen, MD5 und SHA256. Also wirklich top-notch dieses Repo, falls ihr da ein bisschen Übung wollt. So, wir wollen jetzt allerdings WannaCry analysieren. Ich habe das mal runtergeladen und extrahiert. Das ist dieses wunderschöne Ding hier. Und ja, wir haben hier tatsächlich jetzt die Möglichkeit, das in Gitra reinzuladen. Achtung, nicht doppelklicken drauf. Ich sage es nochmal, ja. Wir wollen das jetzt hier in Gitra öffnen. Und das tun wir einfach mal und lassen das auch gleich analysieren. So, wir bekommen dieses wunderschöne Ding. Das ist tatsächlich der Binary Code von WannaCry. Und nun ja, man weiß jetzt nicht unbedingt, was da eigentlich gerade so passiert. Deswegen schauen wir erst mal, das sollte man vielleicht immer als erstes tun. Und zwar nach den Defined Strings. Das heißt, was ist alles in den Strings drin? So, ich mache jetzt mal das Fenster hier ein bisschen größer. Okay. Und ja, wir sehen hier einen ganzen, ganzen Haufen. Erstmal irgendwelche Copyright-Sachen. Dann sehen wir hier auch noch Unzip. Ja. Das ist Unzip. Das ist das Programm, das quasi irgendwelche Software oder irgendwelche Pakete anzippen kann. Also aus einem ZIP-Archiv wieder etwas Richtiges rausbaut. Ja. Dann haben wir hier einige Funktionsaufrufe, wie zum Beispiel Close Handle, GetExitCodeProcess. TerminateProcess heißt, es arbeitet mit verschiedenen Prozessen. Das wissen wir jetzt schon mal. CreateProcessA sagt uns ungefähr dasselbe. Es macht irgendwas mit Verzeichnissen, denn wir sehen hier auch schon direkt SetCurrentDirectoryA. Es macht irgendwas mit Dateizeiten und FilePointern. Das heißt, es öffnet Dateien, was irgendwie verständlich ist. Wenn es Dateien verschlüsselt, muss es sie auch wahrscheinlich öffnen. Und dann haben wir hier auch noch Sleep, irgendwas mit Mutex. Das ist auch für Multiprocessing ziemlich wichtig sogar. Und dann haben wir hier unten irgendwann mal die interessanteren Punkte und zwar Registry-Keys. Ja. Registry-Keys werden immer verwendet, um irgendwas mit der Registrierung von Windows zu machen. Das heißt, da, wo sich die Software quasi registriert und sagt, ich werde bei jedem Start ausgeführt, zum Beispiel. Das ist die Registry. Da können wir auch gerne noch ein bisschen mehr in Windows reingucken. Vor allem, wenn wir jetzt Malware-Analyse machen, dann ist ja Windows eigentlich auch relativ interessant. Und ihr seht, das ganze Ding ist jetzt nicht unbedingt eine Serie, die man beenden kann. Das ist einfach eine Never-Ending-Story. Okay, ich könnte da unendlich viele Videos machen. Ich möchte aber, dass ihr es erstmal lernt. Und dann werde ich vielleicht einfach immer mal wieder Videos nachlegen, was man hier noch dazu lernen kann. Ich finde da auch immer wieder neue Sachen, die ich davor noch nicht kannte. Okay, man hat da, glaube ich, nie ausgelernt. So, dann haben wir hier natürlich Registry-Close-Key. Also, das sind eben die ganzen Registry-Dinge. Dann haben wir hier Services. Das ist auch sehr interessant. Die Dinge arbeiten im Hintergrund. Hier sehen wir auch wieder Dateien werden verwendet. Wir haben hier auch Zufall, der verwendet wird. Rand ist eine Zufalls-Funktion, die verwendet wird. Und jetzt kommen die User-Defined-Strings. So allmählich. So allmählich. Allmählich, sagte ich. Über die gehen wir. Ja, genau. Ab hier haben wir ungefähr die Dinge, die wirklich von dem Schreiber der Software verwendet wurde. Das heißt, wir haben hier Dateitypen. Die sind wahrscheinlich die Dateitypen, die am Ende verschlüsselt werden. Okay. Und das ist ziemlich interessant, denn dann wissen wir auch schon direkt, welche Dateien werden hier eigentlich verschlüsselt und welche nicht. Und hier haben wir nämlich einmal .der. Das ist jetzt vielleicht nicht unbedingt was, was jedem was sagt. CRT vielleicht schon eher. Wenn wir ein bisschen tiefer gehen, den 3D-Modellierern wird 3DS und Max und 3DM vielleicht was sagen. Das sind Output-Formate von Blender etc. Und dann haben wir hier auch noch Datenbanken, also SQLite, SQLiteDB, SQL. Haben wir alles hier stehen. Das wird alles definitiv verschlüsselt. Auch Assembler-Dateien werden verschlüsselt. Cpp-Dateien werden verschlüsselt. Java-Dateien, Jar-Dateien, Class-Dateien, MP3-Dateien, Wave-Dateien, WMV, MPG. Einfach alles wird verschlüsselt, außer eben, also im Endeffekt alles, was hier aufgelistet ist. Alle Word-Dokumente oder PowerPoint-Dokumente. All das wird verschlüsselt mit dem Key, den wir hier drin haben. Und danach wird es wieder entschlüsselt. Das heißt, diese Software hier verschlüsselt die Dateien wirklich. Das ist jetzt anders wie zum Beispiel bei Malware wie Petya. Petya hat eigentlich keine Dateien verschlüsselt. Sie hat einfach nur das File-Table verschlüsselt. Das heißt, ihr habt danach einfach, ja, irgendwo müssen die Dateien registriert sein, okay? Und das ist im File-Table. Und dieses File-Table wurde einfach verschlüsselt. Sprich, niemand wusste mehr, wo diese Dateien anfangen und wo sie aufhören im Speicherbereich. Und ja, das ist natürlich jetzt hier anders. Hier werden, also bei WannaCry, werden wirklich die Dateien verschlüsselt. Und hier sehen wir auch direkt, WannaCry wird eigentlich nur mit einem N geschrieben, zumindest intern. Was auch interessant ist. Aber gut, gehen wir mal ein bisschen tiefer. Hier haben wir nochmal ein bisschen was mit Dateien. Hier sehen wir auch, dass tatsächlich Krypto-Libraries eingebunden wurden. Und das mache ich jetzt mal ein kleines bisschen größer. Denn das ist ziemlich interessant. Wir sehen hier nämlich direkt an den Define-Strings, welche Krypto-Libraries hier verwendet wurden. Und hier kann man schon direkt sehen, RSA und AES sind eigentlich Libraries, die wirklich, wirklich gute Kryptografie bereitstellen, okay? Das heißt, da kann man jetzt nicht irgendwie sagen, hey, ich mache jetzt hier einfach irgendwas kaputt. Aber wenn diese Dateien mit AES verschlüsselt werden, dann muss auch irgendwo der Schlüssel liegen. Und der muss eigentlich in dieser WannaCry-Binary-Datei liegen. Oder er muss von einem Server kommen und den kann man ja natürlich auch abfangen dann. Das heißt, irgendwie muss unsere Binary-Datei den Schlüssel bekommen. Und hier wird es dann interessant. Jetzt muss man natürlich noch überlegen, wie bekommen wir, also ist vielleicht der Schlüssel mit RSA verschlüsselt worden? Wenn ja, wie kommen wir an den Server oder von wo kommt der Schlüssel? All diese Dinge sind natürlich Fragen über Fragen. So, dann haben wir hier natürlich auch noch Crypt-Destroy-Key. Das sagt uns so viel wie, dieser oder ein Schlüssel zumindest wird irgendwann mal zerstört werden. Auch interessant. Das heißt, wahrscheinlich wird dieser Schlüssel, da er ja irgendwann zerstört wird, muss er ja irgendwann mal in unserer Binary drin sein. Also vielleicht tatsächlich auch für uns verfügbar. So, ein bisschen tiefer finden wir drei Strings, die, nun ja, sagen wir mal, vielen Leuten nichts sagen. Aber wenn man sich ein bisschen mit Kryptowährungen auskennt und übrigens, es gibt von mir auch eine wundervolle Playlist mit Kryptowährungen, kleiner Hinweis hier, könnt ihr euch gerne mal reinziehen, dann kann man hier erkennen, dass das hier tatsächlich Bitcoin-Adressen sind. Und tatsächlich, wenn man dieses wundervolle, naja, dieses Schadsoftware-Teil ausführt, dann bekommt man entweder die erste, die zweite oder die dritte Bitcoin-Adresse angezeigt, wo man doch bitte Geld hin überweisen soll in Form von Bitcoin, ja. Relativ interessant das Ganze. Das heißt, hier wird auch tatsächlich klar, an wen diese Dinger gehen. Kann man aber auch einfach rausfinden, indem man das Ding ein paar Mal ausführt, okay. So, dann haben wir aber auch noch eine Exe-Datei. Das ist auch relativ interessant, weil wir ja wissen wollen, was eigentlich genau im Hintergrund passiert. Und wir haben hier eine t.wnry, was wahrscheinlich so viel wie WannaCry als Abkürzung heißt. Auch nicht übel. So, und dann haben wir hier noch einige andere Begrifflichkeiten. Hier ist noch irgendwas mit wncry at 2ol7. Das sieht im ersten Fall nicht nach irgendwas aus, aber es steht WannaCry quasi drin, ja. Das heißt, man könnte hier vermuten, dass es irgendwas mit WannaCry zu tun hat und vielleicht, wenn es so kryptisch aussieht, ist es ja ein Passwort. Nur so als kleine Gedankenstütze. Ja, das ist auch relativ interessant. Gut, und dann haben wir hier einige Fehlermeldungen. Alles nicht so relevant für uns. Und ja, dann war es das auch schon wieder. Das ist aber schon mal eine relativ interessante Analyse. Was wir also rausgefunden haben ist, es passiert irgendwas mit mehreren Prozessen. Wir wissen jetzt, welche Dateitypen entschlüsselt oder verschlüsselt werden. Und wir wissen, mit welchen Kryptomechanismen das Ganze verschlüsselt wird. Und wir wissen, welche Bitcoin-Adressen hier genutzt werden. Und wir wissen vielleicht sogar irgendein Passwort, das intern verwendet wird. Super spannend das Ganze. Das ist zumindest mal einfach nur das, was wir rausfinden, wenn wir uns die Defined Strings angucken. Und ja, das soll es auch für das erste Video gewesen sein. Wenn ihr Bock auf mehr habt, dann nächstes Mal geht es an den dekumpilten Source-Code hier. Der aktuell natürlich noch nicht so viel hergibt. Aber ja, wir wollen uns dann natürlich auch noch angucken, was man hier weitermachen kann. Und ja, das war es von meiner Seite erstmal. Ich wünsche euch einen wundervollen, entspannten Tag. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Ciao.